Vermutlich in den Abendstunden am Samstag, den 23. Januar, warfen unbekannte Täter Steine auf dem Magdeburger Ring Höhe der Abfahrt Stadtfeld-Diesdorf in Fahrtrichtung Halberstadt. Der Fahrer eines Pkw Audi sah gegen 22.40 Uhr die auf der Fahrbahn liegenen Steine nicht rechtzeitig und fuhr über diese. Dabei wurden zwei Reifen des Fahrzeugs beschädigt. Die eingesetzten Beamten konnten feststellen, dass über eine Grünfläche ein Trampelfahrt zum Magdeburger Ring führt. Am Ende dieses Pfads befindet sich eine Mauer mit eben diesen Steinen. Vermutlich warfen die unbekannten Täter von dort aus die Steine auf die Fahrbahn. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat und oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter 0391 546 32 92 im Polizeigewirr Magdeburg zu melden.